Und right back zu Fallout. Ich mache Emmas Holoband an. Los geht's. Ima, schauen wir. Wo ist der Geier? Bleibt Josh denn? Er ist schon über eine Stunde weg. Wir müssen hier raus. Die Jungs glauben, dass wir schon in Concord sind. Wenn Josh sich mal beeilen würde, schaffen wir es gleich rechtzeitig dorthin. Verdammt! Scheiße! Gar nicht gut! Josh! Oh oh. Ich glaube, das klingt irgendwie gar nicht gut. Und 18, 19. Aha, aha. Okay, okay. Ja, auf jeden Fall die hier. Komplett neu in unsere... In dieses Menü hier rein. Und ich hoffe, es ist die da. Ja, es war die, es war die. Die schmeißen wir einfach weg. So. Wir gehen jetzt gleich mal noch zurück um... Ah, in der Sicherung. Da kommen wir dann zum Super-Duper-Mart! Jawoll! Grundsätzlich die harte Erinnerung da an Fallout 3. Der Super-Duper-Mart! Der Morkit! Emma, das sieht wirklich nicht gut aus. Sie war auf jeden Fall jemand von den... Okay, nicht zwingend jemand von den, ähm... Minute-Men, aber sie hat immerhin so eine Lasermuskete dabei. Wir gehen mal zurück. Und legen alles ab. Na komm, wir gehen nach der Starlight Drive. Starlet. Können wir sogar fest hinlaufen, aber was machen wir nicht? Wir wollen ja Zeit sparen. Jetzt meine Flasche schon leer. Das brauche ich hier. Honoré, da. Dein Nahkampfangriff aktiv... Aktiv blockst... Und du... Und... Mhm. Mhm. Wirkungsvoll. Sehr wirkungsvoll. Aber das brauchen wir alles nicht. Wir sind eh schon Schweinegut. So. Erstmal das Zeug ablegen. Dann einen kleinen, aber feinen Verbesserungsansatz durchziehen, den ihr vorgeschlagen habt. Transfer, bitteschön. Und zwar wurde ich gefragt, warum ich das Turret dann hier unten hinstelle. Ich weiß es auch nicht. Natürlich ist es da oben viel besser aufgehoben. Kann ich von da rauf springen? Ja. Ich wollte gerade sagen, man kann ja nicht springen, aber doch kann man. Ha! Booyah, Shaka. Boo, boo. Ich mach das hier so hin. Und dann machen wir hier drüben auch noch eins. Ja, genau. Dass das dann die andere Seite abdeckt. Ach, da ist ja unser Haus. Ach, ist das nicht schön. Gott, das ist so mit Liebe gemacht. Herrlich. Wir sind ultra, ultra voll, weil wir so viel Essen dabei haben. Ach, wisst ihr was? Haben wir jetzt noch einen Skillpunkt? Ja, wir haben noch einen Skillpunkt. Wir könnten uns starker Rücken zulegen, zumindest einmal. Da kann man dann 50, äh... 25 mehr tragen. Könnten wir. Ich mach's jetzt mal nicht. Das ist noch nicht zwingend notwendig. Wir können auch einfach ein bisschen ausdünnen und eben weniger Scheiß dabei haben. Guckt euch auch die ganzen Wurfgeschosse oder Wurfdinger an, die wir dabei haben. Das ist auch sehr... Hey. Das ist auch sehr viel. Und Hilfsmittel. Haben wir eben sau viele dabei. Wir müssen einfach mehr von dem Scheiß essen oder ihn ablegen. Ich werde hier einfach so einen kleinen Kühlschrank oder sowas hinmachen. Mal gucken, ob wir da was ähnliches haben. Was... Ob wir da was haben, was irgendwie passt. Alles klar, wir haben da einen Kühler. Und sie schießt übrigens gerade um sich hinter uns. Wir nehmen den Kühler. Das war... Das war rein von der Logik, ja. Seine Größe und so irgendwie nicht so. Aber... Der steht hier. Und da machen wir unser Footie rein. Transfer. Weil eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, sind natürlich... Also zumindest diese Sachen wie aufbereitetes Wasser... Oder können wir das... Oder können wir das nicht hier drin lagern? Warte mal. Wenn ich es hier drin lagere, hier... Und da eine Rute hinstelle, dann kann ich von überall drauf zugreifen, oder? Das ist vielleicht eine etwas klügere Idee, das Essen hier reinzumachen. So. Ich werde gleich noch was kochen. Ich will jetzt nur die Sachen wegmachen, wie diese... Ja, wie Äpfel und der ganze Scheiß und die Kuchen. So. Fleisch und Bohnen. Weil ich glaube, aus denen kann man auch nichts machen, oder? Aus Fleisch und Bohnen zum Beispiel. Außer sie halt eben essen. Aber was herstellen kann man damit, glaube ich, nicht. Gummibohnbohnens. Hundefutter in der Dose. Instapüree. Ich habe Kartoffel... Na, Kartoffelchips. Kartoffelblume. Karottenblume. Köterkornlegern am Stieb. Blablabla. Müllschale. Ich muss das Zeug halt auch einfach mal verarbeiten. Futtern. Da. Salisberry Steak. Schmutziges Wasser mache ich auch hier rein. Ja, wie gesagt, die bereits zubereiteten Sachen, die lasse ich. Aber diese speziellen Sachen können wir wegmachen. Jetzt kriege ich jetzt noch kurz Grillen, was wir da gerade eben gekauft haben. Ach, sieht das geil aus. So schön. Richtig schick. Hier hinten war es, glaube ich. Halt, hast du noch was in dir? Zumindest das Fleisch nehmen wir mit. Und koche mal was krasses. Boom. Ist hier noch was? Bam, bam, bam. Und jetzt müssen wir halt echt gucken, dass wir halt das Zeug auch essen. Also erinnert mich dran, mich schön damit vollzustopfen, wenn das mal so weit ist. Wenn Zeit dafür ist. Auf wen hat die eigentlich geschossen, die Alt? Das ist doch verrückt. Und warum haben wir eigentlich immer noch nur die eine hier? Ah, wisst ihr was? Wir machen noch ein paar Betten. Das wird es sein. Ich würde sagen, wir besiedeln erstmal das da drin. Wartet mal. Vielleicht können wir da noch ein bisschen Platz machen. Oh, hier ist viel Zeug. Glas und Kupfer. Aluminium. Sehr gut. Das Zeug können wir nicht aufheben. Doch, warte mal. Die müssen eigentlich, genau. Die gehen auch weg. Warte, das ist eine Zigarettenpackung und da war Plastik drin. Nice, Leute. Merkt ihr mal was? Hört lieber auf zur Aare. Jetzt wisst ihr, was drin ist. Das ist total giftig. Hört auf. Hier unten können wir ein paar Betten hinstellen. Hallo? Achso, das ist da oben drauf. Ja gut, wenn ich es da rein stelle, kommt ja keiner rein, ne? Ach, ich mache es einfach. Ist egal. Alibi-Bett. Dann stacken sie halt da drin. Ah! Ja, da kann man sich sogar hinstellen. Läuft. Oh. Oh. Ich glaube, hier oben waren wir noch gar nicht. Kann das sein? Und hier oben schläft auch jemand. Irgendjemand, der auf alle aufpasst. Der repariert auch das Geschütz. So. Achso, ja. Wieder raus und mal gucken, was wir hier noch haben. Eine 10mm-Pistole. Hat er auch einen Brief hinterlassen? Nein. Schade. Das ist halt wieder so was. So eine Story. Jemand hat sich hier oben eingecampft. Ein Einzelner. Hat hier gepennt. Hat hier geraucht. Die Zigarette ist sogar noch da. Ich weiß, das kann ich nicht so ganz glauben, dass sie da immer noch so ist. Und er sieht schon ewig verrottet aus. Aber, naja. Gut. Und jetzt könnten wir eigentlich in den super duber Market. Und da mal richtig ausrasten. Warum ist denn nur die eine? Wir haben so viel. Wir haben eigentlich alles. Wir haben Kram für drei Leute. Keine Ahnung. So. Wir sind schon etwas leichter geworden, aber haben wir insgesamt noch sehr, sehr viel dabei. Wahrscheinlich auch, weil wir halt viele... Weil wir viele Waffen dabei haben. Warte mal, hier kann man noch was wegmachen, oder? Das Jagdgewehr. Benutzen wir das überhaupt in irgendeiner Form? Wir haben es noch nicht mal als Lieblingswaffe irgendwie markiert. 308er. Ja, ich mache das Jagdgewehr jetzt auch weg. Also ich werde es, glaube ich, verarbeiten. Oder? Soll ich es verarbeiten? Jetzt haben wir hier wahrscheinlich gerade keine Waffen-Dinge, ne? Um die zu verschaffen. Ist das blöd. Obwohl da hinten stand so viel rum. Vielleicht haben wir da doch noch was. Komm schon, komm schon, komm schon. Waffen, 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 Waffen. War ich hier drin? No. Ah! Aber ein Bettchen? Hier war ich ja noch gar nicht. Ah, lässiges Outfit. Ne, 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 ne. Wir sind gerade dabei, hier sauber zu machen unser Inventar. Hier ist nicht noch ein lässiges Outfit. Was kostet denn... Was würde denn so eine Waffendingens kosten? Ich will ja eh irgendwann grundsätzlich überall so was haben. Wo sind denn diese Werkbänke? Was fand ich am Schluss? OP-Stuhl, Frisierstuhl. Tvork. Tvork. Herstellung. Ähm, wir brauchen eine Rüstow, äh, Waffen. Work Pink. Ja, komm. Wir gönnen die uns jetzt einfach hier, oder? Ja, machen. Und wie wir das machen? Aber irgendwie... Ah, lokaler Anführer. Stufe 2. Aha. Also da wir sowas einfach grundsätzlich irgendwann bauen wollen und müssen, äh, würde ich sagen, werden wir da direkt nochmal reingehen. Was gibt es noch zusätzlich? Wir gucken mal. Lokaler Anführer, Stufe 2. Du kannst in den Werkstätten sie... Ja, okay. Was? Wir brauchen Level 14. Okay, okay. So. Schlagerrücken, leck mich am Ärmel. Ich hasse es einfach, wenn man... Wenn man ständig voll läuft. ...voll wird. Das sagt hart. Das ist ein super-duper-Markt. Gehen wir mal rein. Das habe ich mir jetzt ganz fest vorgenommen. Dass wir die alle wegnetzeln da. Intelligenz beschreibt deine geistigen Fähigkeiten. Der Wert bestimmt, wie viele Erfahrungspunkte du erhältst. What? Wir brauchen mehr Intelligenz, Leute. Merkt euch das. Wir müssen da rein skillen. Ah, und es gibt noch diesen Luck-Skill, ne? Der ist auch nicht schlecht. Wenn man in Luck rein skillt. Nur arbeitet er, glaube ich, gegen die Intelligenz. Also, beziehungsweise es gibt so einen extra Skill, der heißt dann, dass du... Je dümmer du praktisch bist, desto höher ist dein Luck. Oh, Mr. Handy-Treibstoff. Wo geht's hin? Oh ja, Kevin, ich seh's schon. Wir berechnen die Bank ein, Kev. We're gonna break in this bank. Das ist schon offen. Sicherheits-Türsteuerung, Tür öffnen, ja. Das war aber einfach. So. Die hat uns beklaut. Die Frau. Guck, wie der da chillt. Das ist das Fluchtauto. Wieder in der Story, die hier erzählt wird. Ist das nicht geil? Vorrichtsgeld, 100. Guck dir ich das an. Oh, shit. Wartet. Oh, Vorsicht. Hier gibt's noch andere. Da oben drin. Nö, nö, wir kennen jetzt den Super-Duper-Markt. Ah. Ah, das ist einfach lässig, wenn hier solche... Wenn man diese kleinen Geschichten findet, die da ganz liebevoll integriert wurden. Das gefällt mir. Das ist schön. Das ist schön. Weißt du, was auch schön ist? Dass wir jetzt mal ein bisschen die 10-Millimeter-Pistole spielen. So sieht es nämlich aus. Wir haben ja eben ein bisschen Upgraded auf eine mit, ich glaube, 19 Damage. Wie überraschung. Keiner reagiert. Okay, wartet, wartet, wartet. Wo kann man den Roboter hier... Wie kann man den Roboter schauen? Obwohl der echt böse aussieht mit seinen roten Lichtern. Ich will den anschalten. Shit. Wir bleiben mal kurz gechillt. Vielleicht da drin direkt? Ja. Das wird sein. Können wir den nämlich mit dazunehmen, den Knilch. Dann haben wir... Ein Team. Ach so, ne, 1 war das. Shit. Sorry. Schizzle mal Whizzle. De Forkizzle. Sand. Mhm. Tiny. Mhm. Äh, dead. Fuck. Kevin sagt da auch mal was. Warum fehlt dir nichts ein? Sword, walk. What? Das ist ein hartnäckiges, kleines Terminal Grab. Okay. Ah, fuck. Pale. Neu so. Neu so. Sechsteuerung. Schloss deaktivieren. Boom. Und. Projectron. Bam. Persönlichkeitsmodus wählen. Rechtsvollzug. Und. Äh, aktivieren. Aktivierung. Your mother. Neu, weu, weu, weu. So. Armee Munitionstasche. Okay. Was, was, was hab ich denn? Ich nehm's mal mit. Vorkriegsgeld. Und jetzt rennt er halt da rum. Und metzelt. Nein, nein, nicht zu mir drehen. Metzelt irgendwelche Leute. Falls du überhaupt welche siehst. Hier ist irgendwie nichts los. Also ich glaube, dass hier eigentlich alles voll mit, ja, mit den Ghoulen ist. Aber die sind irgendwie schon tot. Oh, shit, dude. Kevin. We get fucked right now. Ähm, hab ich gerade eben nicht getroffen. Die ganze Zeit. All the time. Das geht doch gar nicht. Und was macht eigentlich der bescheuerte Roboter? Kann der nicht auch mal was machen? Der müsste eigentlich... Da kommt einer. RoboCop, kannst du was machen? Ich hab'n Melonen. Die nicht verschimmelt sind? What? What? Oh! Okay, das war echt eklig. Scheinbar sind die doch so ein bisschen... Bitte töten Sie zurück. Bitte töten Sie zurück. Der wird nun geschossen. Ja! Schieß! Der ist tot. Alle tot. Gut, gut. Ultratot. Halt. Oh. Ja! Ja! Geschichten eines Dörrfleischverkäufers aus Junktown. Schön, sehr schön. Aus Junktown. Ich glaub' da ist... Naja. Doch. Keinmal mehr. Oh. Komm' wie er abgeht. Komm' wie er abgeht. Komm' wie er abgeht. What? Krass, Mann. Der geht echt gut ab. Zum Glück haben wir den... ...schonchen Hilfe geholt. Den alten RoboCock. Oh, die chillen. Wie süß. Guck' mal, der hat die sogar im Arm. Ach, ist das nicht lieb? Ah. Musik? Ach, geht nicht. Jetzt gehen wir mal hier in die ganzen Zwischen-Extraräume. Die zusätzlichen Räumelchen, die hier noch waren. Und zwar... ...da vorne rechts. Nein, da. Geradeaus. Oh, in Place only. Tja, ich bin Angestellter hier. Hm. Fucking weak. Ah! Komm, das gibt's doch gar nicht. Also. Ja. Ja. Kevin. I'm smelling zombies. Kev, Kev. Smelling zombie shit. Ich bin die riesen Expresso-Maschine. Doch, wulere, jo. Durch das Ding an. Was ist das? Wer? Warum? Das ist doch nicht... Ah! Experte. Gar kein Problem. Ah! Okay, hier. Ja! Cool. Cool. Nein, nicht die verkackte Impro-Pistole. Nein, nein. Nein, nein. Schachtel-Sigaretten. Kevin, hier geht's gleich rund. Pass lieber auf. Oh. Ah! Direkt hier rüben durchgeschossen. Von hinten! Was hat das? Okay, die Hand flog in der Luft. Ist ja wieder typisch, ne? Dass wir von hinten kommen. Ah ja. By the way, sehr gut. Das können wir immer gut gebrauchen. Ja! Kevin! Kevin! Er beißt mich erst noch, bevor Kevin was macht. Mach das mal. Guck mal, das ist irgendwie... ...irgendwie merkwürdig. Na also. Es ist wieder hergestellt hier. Oh shit. Warte, Kevin, Kevin, Kevin. Zurück, zurück. Ja! Woo! Und Patronen gefunden. Nice. Tut das weh? Ne. Nicht wirklich. Ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das ist schon nice. Wobei, der erste Super-Duper-Markt ist mir ultra im Kopf geblieben. Also der von Fallout 3. Das war wirklich... Das war eine geile Experience. Nein, stopp. Nein, stopp. Oh. Wow, wow. Oh! Ciao, ciao. Oh, Kevin, leg auf die Nase. Nicht mit mir. Reicht meinen Schüsseln aus. Krass, wie viele hier sind. Na gut, klar. Die haben sich hier wahrscheinlich versteckt. Und sind dann halt irgendwie mutiert. Oh, Josh! Josh! Undi, nimmst du die? Fuck! Oh, Gott! Hey! Äh... Jetzt will ich dich einmal irgendwo hinschicken. Komm mal her. Hol das Gewehr! Hol das Gewehr! Hey! Take it! Nimm es mit! Wie hieß der jetzt, Josh? Okay. Diverses. Oh, ho, ho, ho! Bin gestern mit Emma zurückgekommen. Alle sind weg. Sieht aus, als wären sie überstürzt aufgebrochen. Gab wohl auch einen wilden Kampf. Überall Leichen von wilden Ghoulen. Emma und ich haben nach irgendeinem Hinweis darauf gesucht, wohin sie gegangen sind. Gefunden haben wir nur Anthony. Schlimm gewesen sein. Ich habe Emma runter zur Laderampe geschickt. Dort wartet sie auf mich, während ich nach ein paar Dingen schaue. Wir bleiben nicht lang. Möchte nur Antony's Leiche holen und... Moment. Die wilden Ghoulen sind wieder da. Verdammte Scheiße! Shit! Okay. Antony's Leiche habe ich jetzt nicht gesehen. Schon verschniedelt. Das wär's. Das wär's. Ah. Ah, ein Minute-Man. Oh. Recht und Ordnung haben sich durchgesetzt. Achtung, Bürger! Sie können nun wieder ihren normalen... Das ist so nice. Der ist schon echt stark, ne? Der hat jetzt einfach alle geschniedelt. Wir können mal kurz gucken. Da ist irgendwas. Nein. Wir können kurz schauen, wie viel Leif er hat so um den Spaß. Und zwar... Oha, guck mal! Warte, der hat sogar einen Totenkopf. Warte mal. Hä? Selvan hat mir schon so ein Ding in den Totenkopf. Okay. Ja, also ich will ihn jetzt nicht zerfesten, aber es wundert mich gerade. Oder sind wir echt noch so klein und so schwach, dass das einfach... Dass der einfach zu stark für uns wäre. Hm. Hat er da noch was Leckeres? Ich würde sagen, dann gehen wir da hinten mal durch und dann runter. Ich denke, dass wir dann in die Garage kommen, in der wir vorhin eh schon waren, aber das macht ja nichts. Halt, wo ist das Ding? Wo war denn jetzt das, wo man runter konnte? Hier drüben? Hallo? Da ist die Garage. Ja, ich denke, da sind wir in der Garage drin, wo die Emma war, oder wie sie heißt. Und somit haben wir dann den Superduper Market abgeschlossen. Surgical Journal. Let's play doctor. Sieht nicht gesund aus. Ja. Da sind wir hier unten. Das kennen wir ja schon. Ist hier jetzt ein abgeschlossen dran? Ha! Abgeschlossen. Und Lexington ist, äh... Einfach nur an sich ist die bezeichnete... Also, ja, das hier ist halt Lexington, ne? Oder ist das sogar ein Gebäude? Nee, nee, das hier ist... Genau. Das ist Lexington. Jetzt können wir noch hier rein. Wir hatten hier oben die Gule. Gesehen, also hier einen. Vielleicht nehmen wir dafür die Pump. Oh, shit! Ach, wow, die Pump macht echt irgendwie gar nichts. Ich hab mir gewünscht, dass ich den damit auseinanderreiß gleich. Äh! Und Kevin schmeißt ihn auf den Boden, dass ich ihn nicht anhitten kann. Basta. Kevin, ich hasse dich. Ich hasse dich, Kevin. Oder ist die 10 Millimeter fast besser? Nein. Die sind echt stark. Die sind stark. Ich glaube, da kann man jetzt nichts gebacken. Ich glaube echt, dass wir jemanden brauchen, der so ein bisschen Feuerkraft hat. Oh. Direkt wieder ein Terminal hier drin. Äh... Sériec. S... Aha, closely. Hm. Hm, hm, hm. Hm, hm, hm. Ich öffne, ja. Komm schon. Hopp. Yeah. Barracuda. Ein weiterer Save. Wahrscheinlich mit ganz viel Vorkriegsgeld. Aber es bringt Erfahrung, wenn wir ihn öffnen. Also ran. Ja. Ja. Schicke Haarwürste. Ach, ist das nicht toll? Oh, guck mal. Der ist aber krass ausgerüstet da, der Ghoul. Da hat er richtig was an. Kevin, Kevin, Kevin. Ich will hier drauf stehen. Halt. Stinkpacks. Stinkpacks. Aber wir wollen ja die Dinge öfter benutzen. Shit, den hätte ich glaube ich mitnehmen können. So zum Bauen und so. Wir wollen ja unser Essen benutzen und keine Stinkpacks. Och. Der Rüstungsleck. Warte mal. Nee. Jetzt will ich da mal kurz reingehen. Achso. Ja. Genau, das wollte ich schauen. Ob wir irgendwas verbessern können. Aber wir haben nur Schottern. Wir brauchen echt gescheite Klamotten. Ich glaube, das ist nur so ein Einteiler, den ich anhab, ne? Der, der unsere gesamte Rüstung ausmacht. Ah, ich wollte eigentlich raus springen. Das hat nicht so hingehauen, wie ich wollte. Da vorne ist eine Tür. Guck mal da. Sieht aus, als wenn die benutzbar wäre. Hardwarestore, der eigentlich keine Tür braucht. Raider-Kram hat aber kein Plus dran. Wenn die Klamotten ein Plus dran haben, dann können wir sie benutzen. Dann sind sie besser für uns. Aber halt, hier waren wir schon. Ja, ja, genau. Das ist... Okay, okay. Kevin. Wie er piepst. Ist hier nicht irgendwo ein Eingang in diese... Das ist ein anderes Parkhaus, das ich meine, glaube ich. Okay. Also, was haben wir denn noch so auf dem Schirm? Wir können hier auf jeden Fall noch nach links gehen. Und haben dann sicherlich neue Dinge zu entdecken. Oder auch nicht? Sehr wunderlich. Ich käme bestimmt da oben, oder? Oh, wow. Oh, wie sie von oben runterkommen. Ich wollte eigentlich auf die Meute hinten dran schmeißen. Hier. Boom! Und da kommen sie brennend angerannt. Hallo, Männer. So, ich brauche den Rive-Over. Fuck. Fuck! Ah! Ultra, der Schütze hier. Ja. Auf einmal kannst du doch schnell rennen, ne? Schill dich mal hin. Schrauben-Zier. Aha, aha, aha. Spielzeug-Auto, ganz wichtig. Ja, super, Kleber. Wir wissen, Kleber ist sehr wichtig. Das brauchen wir. Jetzt will ich da mal hoch. Gucken, was da... Oh, jawohl. Typisch. Es war wieder typisch, dass hier drin irgendwas auf mich wartet, oder? Arm ab. Ah. Nein. Oh! Ich kann einfach nicht mit dem Rive umgehen. Das geht nicht. Ha, 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 ha. Und du? Komm her. Mach doch. Zack. So, und jetzt können wir gleich Ding nehmen. Also Red X, oder Red X, ne, Red Away. Und dann mal was essen. Damit wir so ein bisschen leichter werden. Tap, 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 tap. Red Away. Kurz warten. Dim, 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 dim. Scheiße, ich habe irgendwas anderes gegessen. Da, 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 dann, da, da, da. Fuck, okay. Ich habe irgendwas gegessen. Ich hoffe, es war irgendwas, was wir verbrauchen wollten. Äh, hab ich da vorhin was verpasst, wenn wir hochgehen? Oder ist das hier ein anderer? Uh, anderer Raum. Was ist denn da jetzt gerade in die Luft geflogen? Wow, der Sprung ging nicht rein. Guck mal, da vorne ist... Oh, aha. Wow! Kevin! Was macht der Hund? Ist der blöd? Er ist doch voller... Was sagen die die Luft jagen? Guck mal, da. Was ist denn das? Eine Red Rocket Station. Da gehen wir gleich mal hin. Aber erst noch kurz... Das ist ein Zombie. Kann ich die Luft enthalten oder... Keine Ahnung. Oh yeah. Und ihr? Guck mal, da rennen sie direkt hierher. Oh, das war sogar ein Kill. Ah ja, klar, vielleicht Kill. Ich krieg ja... Ich krieg ja wegen dem... Wegen der Schleichung... Krieg ich hier einen Damage Boost von... Ich hab doppelt... Das Doppelte oder sowas. Da ist der Markt. Da waren wir ja drin. Komisch, dass uns die Ghoulen nicht gesehen haben. Die da direkt vor dem Markt rumlaufen. Ich meine, das war das, wo der... Wo dieser Raketenwerfer-Heini war. Kevin läuft irgendwo hin. Kevin? Kevin? Dark Meat! Geh dorthin! Kevin, Ultra ruf Dark Meat! Hör auf! Nicht rumrennen, Dark Meat! Red Rocket! Red Rocket Rocket, Dad! This is so Red Rocket, isn't it? Oh my gosh, this is so Red Rocket. Okay, es ist halt einfach nur eine Raststätte. Eine Tankstelle. Und deswegen ist hier halt dieser Scheiß. Ich dachte kurz, dass da vielleicht ein Siedlungstechnisch irgendwas Wichtiges... ...was wir nutzen könnten. Give me your money. Pin die Figuren aus dem Fenster. Hm. Da drüben ist jetzt noch ein weiteres Gebäude. Es geht immer weiter rein. Beziehungsweise um die Stadt drumherum. Was ist denn das da vorne? Ach, die Bank. Natürlich. Die Royale Bank von Schottland. Mensch, hey, dass ich das nicht... ...dass ich das nicht gesehen hab. I'm so blind. I'm legally blind. So, ist das hier... Sind das hier die... ...die Gebäude, die da so Geräusche machen? Die... ...brücke da oben? Oh, ne Miniatomombe. Nice. Nice. Ach, halt, da oben war doch... ...da oben waren wir, ne? Da wollte ich ja runterspringen in diese Matschepompe. Hm. Ich will da drüben hin. Was ist das hier? Ist das das Diner oder ist das hinterm Diner? Ist das hinterm Diner? Hm. Ich dachte kurz, das wäre eine... Ah, ein Raider hat sich hier verkrochen. Ich will da hinten hin. In die... In die Ding rein. In diesen Gebäude hier rein. In dem... Lexington Apartments. Das könnte spannend werden in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao.